Ach ja, dann brauchst du auch gar nicht mehr WoW spielen. Und das war vor Wrath of the Leech King. Also kurz vor dem Add-on habe ich dann aufgehört. Mist. Kommst du klar? Ja, ich habe kein Holz mehr. Ich habe auch nur noch 30, hast du noch eine Axt? Ja, also so ein bisschen hier noch, ne? Ja, warte, ich mache mal ein paar mehr und dann gehen wir gleich mal schön in eine Höhle rein. Und dann sollte man mal gucken, dass wir ein paar Betten kriegen. Also bis dahin verbinden wir das jetzt. Musst du nur nachher nur eine Raumaufteilung machen, ne? Ja, das weiß ich aber jetzt noch nicht. Ne, ich meine ja nachher. Wir gehen ja auch nach oben wahrscheinlich irgendwann, ne? Ja. Und nach unten. Und nach unten. Da unten zwei Platz, jo. Dann mache ich mal eben... Warte, ich packe mal eben die Klötze hier weg. Damit mein Holz hier weg ist. Drei. Und da kommt dann sowas hin. Hier müssen wir noch gucken, wie groß die Fenster wären. Vielleicht drei, ne? Eins, zwei, drei. Ja. Boah, passt wieder genau. Krass. Peter mag kein Fußball. Ne. Also WM und EM gucken wir, aber... Mehr auch nicht. Genau. Genau, du kannst ja auch mal in den Chat gucken. So. Ja, jetzt gerade habe ich ja ein bisschen Zeit. Ach so. Ah, ich sehe gerade. Ich habe noch ein paar. Hier, du kannst ja schon mal ein bisschen die Raumaufteilung machen, wenn du Lust hast. Oder sollen wir erstmal irgendwo hin? Ja, ich weiß ja... Wo ist denn der Eingang? Ist das der Eingang? Ja, hier ist der Eingang, ja. Dann ist da hinten quasi da, wo es zur Terrasse geht. Ja. Ja, dann müsste ja hier so ein bisschen Wohnzimmer sein. Genau. Und Küche und Schlafzimmer. Wenn wir hier so ein bisschen weiter... Könnte man hier Küche machen mit Durchreiche oder so. Ja, ich spiele Fußball alle zwei Wochen einmal mit meiner Arbeit. Einmal mit meiner Arbeit. Das ist dann so anderthalb Stunde alle zwei Wochen. Ja, es ist eine Neuwelt. Und ich bin dein Fan. Ne, der Diktat haben wir noch nicht im Kino gesehen, aber eventuell wollten wir das vielleicht sogar noch machen. Ja. Ich weiß nicht, was sagst du denn, Schatzlein? Ja, was denn? Also ich würde echt sagen, hier ist ja Wohnzimmer dann, weil das passt ja auch da mit den Fenstern schön und mit der Terrasse. Ja, pass auf, hier kommt man ja rein, ne? So. Dann könnte man ja vielleicht hier eine Toilette bauen. Wo? Dann hier eine Treppe, die nach oben geht. Wo willst du eine Toilette machen? Vielleicht hier am Anfang. Ja, so ein Gästeklo, ne? Ja. Dann hier so die Treppe, so ein Standardhaushalt, ne? Hier so eine Treppe, die hier hoch geht. Genau, dann ist hier Wohnzimmer. Dann passt auch mit der Küche. Und da hinten können wir unser Schlafzimmer machen. Ja, hier in dem... Aber das Schlafzimmer machen wir doch oben, ne? Ja, aber wir sollten erst ein provisorisches machen. Okay, dann ist da hinten unser Schlafzimmer. Ja, und den Boden brauchen wir ja auch noch, ne? In die Gegnerform. Ja, in welcher Form willst du denn den Boden haben? Haben? Vielleicht schon... Holz. Ja, aber wenn ich da jetzt wieder... Dann hast du ja wieder nur so ein... Muss ich erst wieder eine Ebene runtergehen dann, oder wie? Ja, stimmt. Müssen wir sowieso noch machen. Aber sollen wir erst mal den Boden aus Kabel, sagen die? Ja, obwohl dann wirkt es so ein bisschen rustikal, ne? Könnte man eventuell die Ecken machen. Komm, wir gehen erst mal irgendwo hin. Okay. Ähm, ich packe jetzt hier mal in die Truhe erst mal die ganzen Sachen. Oh, da habe ich noch Sachen drin. Oh, was ist das? Die Spinne. Hilfe! Ja, wir sind nicht sicher. Und ich habe nicht mal ein Schwert. Bandicam kenne ich nicht. Was ist Bandicam? Wo steht das denn? Hatte einer geschrieben, ob ich das kenne? Weiß nicht, was das ist. Ich sage nein. Ähm, Stöcker nämlich mit Kohle mache ich dann gleich mal. Eine Rose weg. Verrottetes Fleisch. Ähm, ich mache dir noch ein Schwert, dann können wir los. Einen Faden? Einen Faden? Den kannst du in die Truhe packen hier. Hier? Oder in die? Da ist noch eine. Das andere ist eine Werkbank. Die mache ich dann noch mit Kuh, ne? Rechte Maustaste. Ach, rechte Maustaste. Ups. Achso, ist wie Fraps zum Aufnehmen, sagt er. Und wie lange werde ich noch Minecraft Let's Play machen? Ja, so lange, wie es mir Bock macht eigentlich. Und andere LPs gucke ich nicht. Also gar nicht im Grunde. Ich gucke zwar mal irgendwo mal hier und da rein, was da so geht. Und das war es dann aber auch. So, Fackeln. Hast du ja auch gar keine Zeit zu für so viel. Hast du Fackeln? Ja, hast mich ja damit beschmissen. Bist du bescheuert? Ja. Voll beschmissen. Komm, wir gehen in die Höhle. Hast du dein Schwert? Nö. Hast du mir eins gegeben? Ja. Na, jetzt hast du mir eins gegeben. Ja, Sigi. Welcher Beruf von mir? Kennen wir doch schon. Die Swax-Textur in der Größe 128 nutzen. Könnte man eventuell mal ausprobieren. Ja, persönlich kenne ich die nicht, die du da gerade geschrieben hast. Ich hatte zwar schon mal mit dem einen Kontakt. Aber der hat sich dann irgendwann nicht mehr gemeldet, leider. Komm mit. Das war voll gefährlich. Und wenn der wartet, wir sollen eigentlich Schafe suchen, ne? Ich weiß nicht. Damit wir mal ein paar Betten bauen können. Oh Mann, wo sollen wir hin? Komm, wir gehen hier hin. Komm, wir gucken einfach mal hier. Los. Komm mit. Ich folge dir. Von meinem Arbeitsplatz, ähm... Den von 8 bis 17 oder den, ähm, von zu Hause? Weil den von zu Hause, da wird demnächst mal ein Video kommen. Oh, das ist ein Skelett. Ja, und du hast mich ja abgehängt. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Ja, hier. Ja, aber wo? Wo ist hier? Über dir. Ich weiß, ich muss was essen, aber ich hab nix. Wie komm ich denn da hin? Ja, wir können auch hier unten her. Und da hinten ist, glaube ich, eine Höhle. Komm mit. Ich kann ja Fackeln auf den Boden machen, dann wissen wir, wo wir her müssen. Wie bei Hänsel und Gretel. Oh, oh. Ah, Peter! Boah, du bist doch... Das war ich doch gar nicht. Doch, ich bin... Ich war hinter dir und da bist du weggegangen, da war ich vor dir. Toll, das ist doch runtergefallen. Ja, und jetzt hab ich wieder alles nichts. Ja, warte dann, ähm... Ich komm mal schnell zurück zum... Ne, schnell kann ich gar nicht zurückkommen. Ich baue mal Leiter, dann gehen wir da runter, ne? Was machst du denn auch? Ja, das machst du. Och, und hier oben ist unser Hausgrund, das war gar nicht mal so schlecht. Obwohl, ne, das geht ja gar nicht so. Da muss noch... Oh, ne. Das ist ja nur... Nur längs. Nur längs? Ja. Was sollen wir denn machen? Wolltest du da noch was dran bauen? Ja, auf jeden. Ich schwör auf alles. Oh, nicht den Enderman angucken. Nicht den Enderman angucken. Ich kann dich beobachten. Und den Enderman auch? Ja. Beobachte den Enderman. Der kommt auf dich zu. Ja, egal, ich hab den nicht angeguckt. Er steht hinter dir. Neben mir. Er hat gelbe Augen. Jetzt steht er neben dir, ja. Ja, ich guck nur nach unten. Ich bin schüchtern. Kannst du mich sehen? Ja, genau. Du willst, dass ich hochgucke, ne? Nein. Jetzt hast du dich versteckt hinterm Baum. Ob ich Architekt werden möchte? Früher hab ich da drüber mal nachgedacht. Oder Bauzeichner wollte ich werden. Ich hab immer Pläne für Zelda gemalt. Die, mein Kollege hier mit der Brille. Weißt du, wen ich meine? Den großen mit den Locken? Dani? Hm? Der Kollege mit der Brille und den Locken? Ja, ich weiß, wer nur meins. Der hat die immer genommen. Echt? Jetzt hab ich damit immer zugetextet. Oh, oh. Zombie. Er brennt. Er brennt. Ja, genau. Warum bist du denn jetzt da unten? Ja, weil ich tot bin. Wo bist du? Hier oben. Soll ich mal zu dir kommen wieder? Ja, sie hockt da oben. Ja, du hast doch gesagt, ich soll hier warten. Ich weiß gar nicht, wie ich hier runterkomme. Ich könnte mich wieder runterstürzen. Aber das wäre ja nicht Sinn der Sache. Ja, so schräg runterlaufen. Soll ich mal zu dir kommen? Ups. Ups, ups. Für den jeweils anderen einen Spitznamen haben wir nicht. Nur Schatzi. Dani und Peter. Peter. Wir müssen deine Klamotten noch holen, ne? Meine Klamotten. Okay. Warte. Dann gehen wir da mal runter. Da finden wir bestimmt gute Rohstoffe. Und dann können wir das Haus schön weitermachen, ne? Ja. Ich meine, der Anfang ist immer ein bisschen langwierig, weil man ja noch vieles aufbauen muss. Komm, wir drücken da hinten nochmal zwei Samen rein. Okay, warte, ich komme zu dir. Der wievielte Stream das mit meiner Frau ist? Der wievielte ist das? Der dritte, ne? Dritte oder das vierte? Ja, ich hätte das dritte gesagt. Echt? War das erst zweimal? Echt? Ich meine schon, ne? Zwei Aufnahmen hatten wir. Ich meine, im Chat war es ja schon öfter drin. Ja, das weiß ich. Oh. Habe ich einen Kommentar bei Evis schon wegen geschrieben? Ich glaube, das war da, wo das war, wo er, wo das so hin und her ging. Achso, da, wo die meinten, dass der mich meinte in seiner Beschreibung, ne? Ja. Ja, da hatte der geschrieben. Ging ja auch immer hin und her. Aber ist mir eigentlich auch Latte. Salami-Pizza habe ich mir gerade reingezogen. Bist du bei mir dran? Ja, bist du. Ja. Pass auf, ich werde da jetzt Leitern runter machen. Das ist jetzt ziemlich gefährlich. Ich bleib mit Abstand stehen. Mit Abstand? Mit den Leitern, das hatten wir ja schon mal. Ja. Das funktioniert ja nicht so genau. Manche lachen sich doch immer kaputt mit den Leitern. Ich brauche mal ein bisschen Erde. Pass auf, gleich sterbe ich auch. Dann liegen unsere ganzen Sachen da unten. Während du Leiter baust, guck ich shit. Okay. Peter, gehst du dieses Jahr auf die Gamescon? Ja. Komm. Komm. Ja. Oh oh. Aua. Also gehe ich auf jeden Fall. Ja. Oh, okay, das war blöd. Ich komm hoch. Hier ist voll die geile Spalte. Voll riesig. Hammer. Komm wieder hoch. Ich glaube, die geht einmal rum. Also ich hatte eigentlich vor, mich vor der Gamescom zu zeigen, damit ich dann auch nicht da vor Kleidung rumlaufen muss. Der Manuel wollte sich allerdings dann doch wieder nicht zeigen. Hi. Hallo. Dann kannst du ruhig mit runter, wenn du möchtest. Wie mache ich das? Vorsichtig zu der Treppe. Wenn du Shift drückst, hältst du kurz an. Und ich mach mal ganz kurze Werbeblocker rein. Ja, wie komm ich denn jetzt da runter? Okay, warte. Das gucken wir uns doch an hier. Ganz vorsichtig zu der Treppe. Dann geht der von alleine. Also muss ich die Treppe angucken? Nee, kann... Ist egal. Entweder angucken oder einfach nur da dran laufen. Dass die hinter dir ist, vor dir, neben dir. Ah. Ja, lass los. Trau dich. Da ist sie. Hi. Hallo. Wo sind meine Sachen? Bestimmt noch weiter unten. Die sind schon alle weg, ne? Haben die Hunde gefressen. Kann sein, dass sie weg sind. Warte mal. Äh. Klotz in der Hand. Halt Shift gedrückt. Halt Shift gedrückt. Genau. Tu das auf den Kacks, weil sonst rutscht er runter und geh mal vom Abgrund weg. Ja. Sind meine Sachen da unten. Der Alex will, dass ich Essens für ihn mache. Kochen. Mit Dani kocht. Ja, wer es noch nicht kennt, das ist halt ein Kanal, wo Dani so ein paar Rezepte testet. Und viele... Genau, testen. Viele verstehen das auch als... Oh, oh. Was ist denn da los? Als ich nicht, ich werde... Da war ein Zombie. Ich bin ja schon wieder tot. Ja, das kriegen wir doch hin. Jetzt bin ich wieder hier oben. Irgendwo. Ja, eigentlich bist du immer genau da, wo du immer bist. Ja, und kann ich dich nicht irgendwie orten? Äh, leider noch nicht. Aber du kannst... Ja, wo bin ich denn hergegangen? Ähm, rechts. Hast du nicht die Map oben drin? Ja. Ja, gute Frage. Oh, da kommt ein Creeper. Hilfe! Ich sammle den Apfel ein. Habe ich wenigstens irgendwas in der Hand. Guck mal, du siehst Koordinaten, ne? Mhm. Ich bin bei minus 170. Plus 291. Minus 170? Oh, da bin ich ja schon fast irgendwo in deiner Nähe. Eigentlich musst du nur den Berg runter Richtung unserem Haus und dann, ähm... Ich glaube, nach rechts war das. Minus 170 und dann plus... 290. Das geht runter 200... Nee, wie geht das? Wie läuft das? Ja, musst du gucken, in welche Richtung du... 290? Ja. Okay, ja, aber... Jetzt muss ich hier mit meinen Apfel... Äh... Nee, warte. Ach, irgendwie krieg ich das hin. Mach du mal da weiter, dass ich dann nachher nicht wieder runterfalle. Achso. Ich hab hier grad ein riesiges Kohleflöz gefunden. 290, hast du gesagt? Hab ich? Ja, hab ich. 100... Minus 170. Minus 170. Der Danny kommt... Danny kommt wahrscheinlich nicht auf die Gamescom, oder? Nee. Aber der Ted kommt mit. Der Ted! The Dätschi!